Aha, Podcast, meine Damen und Herren, das packt, aber auch so ein der letzten Streiche dieses Jahr. So sieht es aus, wir haben nämlich heute den letzten Tag unserer Tour. Ja, unsere Tour 2010, wir werden noch am 30.12. in Hannover eine kleine Einzelshow machen. Aber heute ist der letzte Tag, der jüngste Tag. Der jüngste Tag, ach schön, wir beenden das Ganze hier im Kummerfeld, das wird ja absolut die Sondation. Hört doch mal auf und wir sind richtig gut gelaunt, auch die Crew hat sehr, sehr viel Spaß. Sie machen Sachen mit Schnee und Springen, hey, China-Schläge werden ausgeteilt. Wir sind in der sensationellsten Winterstimmung, die man sich eigentlich vorstellen kann. Oben ist blauer Himmel und Flotze steht im Matsch. Endlich werden Dinge ausgetragen und nicht besprochen. Wir sind eine Band, die grundsätzlich Gespräche ablehnt und es körperlich entscheidet, wer eigentlich gewonnen hat und wer verloren hat. Ich denke, dieses Mal ist es Timoth, der weiterhin never-ending China-Schläge anbringt, um seine Argumente durchzusetzen. Das ist sie. Alter, Double-Shit. Das ist so eine Art zwischen Prima Donna und Ballerina. Auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja, auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir danken Deutschland für diese unfassbare Tour. Hier ist es, ma'am. Das war wirklich so, oder? Ich habe die Rippe zerklopft. China-Schläge sind nicht zum Spaß anzusetzen. Auf Wiedersehen. Ich muss plüschi. Ciao. Ciao.